Hallo und herzlich willkommen bei GTA 5 Online. Heute spielen wir die neue Adversial Mode Land Crap, die Nummer 1. Die spielen irgendwie 5 gegen 5 glaube ich. Das ist die neue Adversial Mode. Eigentlich ist das gleiche wie Turfos. Aber jetzt ist das Land Crap, da heißt das jetzt andere Name. Und jetzt musst du laufen und schießen. Mit dem Turfos hast du irgendwie ein Auto gehabt und hast du Raketen gehabt irgendwie. Und ich muss sagen, ich habe die Adversial Mode jetzt einmal gespielt. Und ich finde eigentlich persönlich die Turfos eigentlich viel mehr schöner. Mit dem wahren Auto und so. Mit den Raketen. Das ist dann mehr Action. Aber jetzt ist er so ein bisschen so auch gut. So wir geben jetzt Vollgas. Ich laufe ein bisschen rum. Ich bin mit Schießen richtig schlecht. Nicht so gut. Ich habe das letzte Spiel auch gemacht. Da war irgendwie aus South Korea oder so. Die war irgendwie mit Auto-Aiming. Ja, da kann man auch vergessen. Dann. So. So. Jetzt gestorben. Hahaha. Laufen, 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 laufen. Fuck. Ich habe einmal einen Schuss. Hammer, oder? Das war Hammer. Wir haben einmal einen Schuss geschossen. Komm. Komm. Komm, 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 komm. Wir werden richtig knapp. Wir müssen laufen. Weil ich... Okay. Komm, komm, komm. Hier ist nur alles blau. Man. Das ist krass, ey. Das ist krass, ey, dass die mit dem Arme schießen. kommt 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 machte alles blau da verdammte scheiße am anrunde verloren oder gehen wir wieder vollgas sterben wollen die gar nicht die vögel meine fresse da kannst du vergessen wenn die ihr da tippen meine fresse ich schaffe das wieder nicht meine fresse er das schaffen wieder nicht ich hoffe wir schaffen das müssen laufen kommen wir geben nach vollgas hier als eine am modellen wieder der ist auch die eiming oder so die können das vergessen glaube ich so ich gebe Gas jetzt komm so das werden wir auch wieder verlieren glaube ich ja 1 zu 0 ich habe es geschafft komm komm wie müssen wir das schaffen da laufen man man wie kann das sein hier meine fresse äh wo wir geben vollgas jetzt Mann, ich versuche zu laufen, irgendwie müssen wir das runterholen. Meine Fresse ist ganz nicht so einfach. So, laufen. Fuck, ich bin gestorben. So, ich gebe Vollgas jetzt. Blau hat jetzt Führung. Komm, Gas geben. Gas geben. Ja sicher, 2-2. Hahaha. Das wird richtig spannend jetzt, Alter. Ach ja, schießen, das ist nicht mein Ding. Ich muss sorgen, dass wir die Tegel, der Tegel muss wir irgendwie alle blau haben. Mich interessiert die ganze Schießen eigentlich nicht. Oh Gott. What the fuck? So, das ist eine ganz komische Nummer wieder. Ich stelle da gar nicht. Irgendwie ist das... So. Leider haben wir wieder gestorben. Komm. Wir haben noch ein bisschen. Komm. Komm, komm, komm. Fast da. Fast. Wir schaffen das. Wir schaffen das. 3-2. Ja sicher. Runde gewonnen. Hahaha. Ich habe keinen Kills gemacht irgendwie fast. Die haben alle Kills. Verstehe das nicht. Also muss man... Man muss die Tegel sammeln. Ich habe die meisten Tegel gesammelt. Die eine 70. Ja, eine muss schießen. Eine muss Tegel sammeln. Das ist am besten. Und wenn die alle am Schießen bist, dann stehst du aber still. Und dann ja, sammest du keinen Tegel. So, da muss einer, der das machen kann. Ich schießen ist für mich nicht so schön. Ich kann das nicht so gut. Ich kann es wohl aber... Manche Leute sind an... Ja, die sind am modern. Oder irgendwie ist der... Wenn ich schieße, dann kriegen die keine Hitze oder so. Kann sein, dass er am Familien liegt. Aber... Mal gucken. Dann laufe ich ein bisschen rum. Und dann kann ich eine schöne Tegel sammeln. Und hier hiemen. So... So... Oh, voll Gas hier. So, sind Räuchchen hier. Wir sind jetzt blau. Wir sind jetzt in Führung. So, laufen. Mir ist es egal. So, Hauptsache wir haben alles blau hier. Sieht doch schön aus, ne? Schön Cyberspace. Da ist bestimmt eine blau. Oh nein. So, da gehen wir wieder. So, da ist gestorben. So, wir haben einen Kill gemacht. Wir können alles blau machen hier. So schnell wie möglich. Ja, kommt, laufen. Die schaffen das. Ja, sicher. Wir haben schon 1 zu 0. Zweite Runde. Oh, ich bin schön am Sammeln her. Unglaublich. Die sind jetzt in Führung. Irgendwie müssen wir da... Komm, 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 komm. Gib mir da. Ja, Alter, die haben so viel gesammelt jetzt. Überall sind die. Alter, die haben dann schon gestorben. So, da geben wir wieder Vollgas. Alter, die haben schon richtig gesammelt. So, geben Vollgas hier. Komm, wir sind jetzt in Führung. Komm, komm, komm. Stricke. Alter, nein. Fuck. Ja, ja, ja. Ja, sicher. 2 zu 0. Super. So. So, geben Vollgas hier. Jetzt sind die wieder in Führung, die Vögel. So, laufen. So, ich hab eine gekillt. So, schneller. Alter, wir sind alle hier. Fuck. Boah, die hab ich ja jetzt schön gekillt. Alter. Guck mal, krass, wie viele die jetzt haben. Steht schön am Laufen, die Vögel. Nein, komm. Komm. Und, wer ist Gewinner? Ah, wir haben 100 gewonnen. Hahaha, das ist ja richtig gut. Und ich hab 60 Tiles geowned. Und ich hab die meiste gesammelt von den ganzen Teams hier. So, hier muss ich... So, Wunder nur 3. So, ich bin richtig gespannt jetzt. So, ich hab mir Vollgas hier. So, genau. So, genau. So, da geben wir Vollgas hier. Die kann er gar nicht. So, da geben wir Vollgas. No, so, die erste... Die hab ich schon gesehen, dass er irgendwann modern ist. Der ist weg. So, wir geben Vollgas hier. Komm, Gas geben, ey. Wir müssen denn die Runde gewinnen, ey. Komm, schneller. So, komm. Komm. So, fuck. Mein, ja, fast ja, ey, komm. Haufern. Komm, wie können das gewinnen? Wie gewinnen das? Hahaha, 1 zu 0. So, der eine, die er letzte Woche gespielt hat, der war ein Modder. Da hab ich schon gedacht, weil... So, laufen. So, wir geben Vollgas hier. Das scheiße ist, wie an diesem Game ist, dass so viele nur Modder sind, das geht gar nicht. Und, äh... Ja, mein Auftrag ist eigentlich hier laufen und nicht schießen. Weil das... Was auch das Ziel ist. Wir haben schon in Führung wieder. Das ist richtig gut, ey. So, wo ist er jetzt? So. So. So, wir geben Vollgas. Jetzt in Führung. Oh, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Weil, ich glaube, wenn du irgendwie gekillt wirst, musst du ihn da vorne anfangen. Fuck, komm. So, ja. Jetzt haben wir runter, noch eine Runde. Dann haben wir den Match gewonnen. Ja, der ist irgendwie auch ein Rüchsporn, der Vogel. Vollgas hier. Und irgendwie, ja. Der war richtig schön, der letzte Mal. Und wir haben schon fünf... Da war ein schöner Modderstar irgendwie gewesen. Fuck. Mann. So, Vollgas. im volk das hier vollgas hier so komm 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 wir schaffen das wir schaffen das ja sicher warum winna ich hab die über fast meisten tägel wieder gesammelt ich habe kein kurs gemacht wir geben ja wieder vollgas nächste runde so da gehen wir nix herunter ja schön immer wenn da irgendwie immer model star in die sachen machen da geht ja gar nicht so wie laufen kann es kurz da schnell wir müssen noch 300 gewinnen das sind die im nettschwinner ich hoffe wir schaffen so laufen ich habe die meisten tägel gesammelt da mache ich am besten ja da sind die schon alle da mit drei leuten so vollgas hier so schön am laufen Das ist eine da. So, gestorben. So, wir haben einen Kill gemacht. Richtig gut. So, diesen Teil können wir auch mal schön hier mal sammeln. Gibt ja schön aus hier. So, mal ein Bild machen. Selfie. Ah. So, wir geben Vollgas hier wieder. Das ist jetzt Gleichstand. Und? Das siehst du oben ja, wenn er rot ist. Orange Team ist jetzt erster. Ne, wir. Ne. Alter, wer hat denn Böcke oder was? Oh. Oh, kille mal der Vogel da. Geh mal ein Toter. So, sie sind schön am Laufen hier. Nein, wir müssen den Schützen hier. Schützen. Wir geben richtig Gas hier. Die Leute wollen alle schießen. Verstehe ich ja nicht. Der muss da gar nicht schießen hier. So, der ist auch ein Cheater. Warte mal kurz. Komm, 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 komm. Wir müssen es haben. Komm, wir müssen es sammeln jetzt. Komm, wir sind hier. Das schaffen wir. Wir schaffen hier. 2 zu 0. Nein. Komm. Ja, 2 zu 0. Super. Haben geschafft. Die laufen rund hier. Hahaha. Geil, oder? So, gekillt. Scheiße. Das war schön so. Bisschen laufen. So, hier gehen wir wieder rüber. Hier können wir noch einen Punkt holen. Das ist alles orange. Wir müssen natürlich nicht... Ich gehe da rechts da. Er soll geradeaus laufen. Nein. Guck mal, macht er jetzt? Der soll da hin laufen. No. Okay. Captain ist gut. Der Mojo ist auch ein Cheater. Wir müssen das schaffen jetzt. Wir haben noch ein paar Sekunden. Oh, ich habe... Was sind wir da? Ich habe nur ein paar gestorben. Irgendwie schaffen wir das, glaube ich. Sicher. Wir haben es geschafft, oder? Matchwinner. Ja, sicher. Super. Guck mal. 75.000 Dollar. Bisschen aufgerankt. Ich habe es gut gemacht. Wir haben nur wenig Kills gemacht. Aber unsere Spezialität ist Tegel sammeln. Und ich habe drei Kills gemacht. Aber 76 Tegel, da hat doch keiner gemacht. Aber wo wird danach geguckt? Ich habe achten Platz. Ich habe fünfter Platz. 263 Tegel habe ich gesammelt. Das ist richtig krass. Oh, ich hoffe, ihr habt es gefallen. War eine schöne Runde. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Runde auf GTA 5. Und ja. Bis dann. Ciao, ciao.